Mein Name ist Elke Kühne, ich komme vom Arbeitgeber Bundeswehr. Wir haben hier auf der Intergeo 2014 in Berlin den Messestand der Bundeswehr, präsentieren hier sozusagen den kompletten Arbeitgeber Bundeswehr, stellen hier aber auf dieser Fachmesse hauptsächlich das Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr vor. Ein Alleinstellungsmerkmal bei der Bundeswehr ist natürlich immer wieder die Attraktivität, trotz all den Auslandseinsätzen, die wir fahren. Wir haben eine weite Verwendungssparte, das heißt man kann einsteigen bei uns mit einer Berufsausbildung und kann natürlich dann sich auch noch weiterbilden und fortbilden innerhalb der Bundeswehr, in der Hinsicht mit Sprachlehrgängen, mit technischen Ausbildungslehrgängen, also das immer alles, was der Dienstpostner fordert, kann man dann sich noch weiterbilden bei uns. Wir haben eine weite Verwendungssparte, das heißt man kann sich noch weiterbilden bei uns.